Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Dies ist ein Update von mir. Ich habe nämlich etwas sehr Tolles für euch vorbereitet. Und zwar möchte ich, dass ihr jeden Tag ein Video bekommt, das hochwertig ist, ganz viel Qualität hat und auch deutsche und englische Untertitel hat. Aber ich kann nicht jeden Tag so ein Video produzieren. Ich kann aber dreimal die Woche ein Video machen, das Untertitel hat und gut geschnitten ist und all sowas. Und viele meiner Videos habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen. Und deswegen habe ich Folgendes vorbereitet. Ich werde Videos, die ich früher gemacht habe, aber die noch nicht alle gesehen haben, werde ich nochmal posten. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag ein neues Video mit Untertiteln veröffentliche. Am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag werde ich ein altes Video posten, das Untertitel hat. Und natürlich mache ich wie gewohnt jeden Tag ein Video. Und am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag bekommt ihr ein Video wie dieses. An diesen Tagen bekommt ihr ein Video, wo ich keine Untertitel mache und wo ich einfach so praktisch wie in einem Vlog, wie in einem Videoblog mit euch rede. So habt ihr immer noch wie gewohnt diese Videos. Und ihr habt auch die Videos mit Untertiteln. Und wenn du noch nicht alle meine Videos gesehen hast, dann hast du die Möglichkeit, Videos, die du noch nicht gesehen hast, jeden Tag ein neues davon zu sehen. Und ich habe noch etwas vorbereitet, noch mehr. Also das Video werde ich am Abend posten, das Video mit Untertiteln. Poste ich am späten Abend. Aber am Nachmittag bekommt ihr auch noch mal einen Beitrag von mir. Ich poste am Dienstag und Donnerstag, poste ich Zitate. Also jeden Dienstag und jeden Donnerstag bekommt ihr ein deutsches Zitat von mir oder ein inspirierendes Zitat. Und ich habe da ganz viele Bilder gemacht, sodass ihr das auch in eurem Neuigkeiten-Feed seht. Und manchmal auch mit Bildern. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen, wie sie aussehen. Ihr habt bestimmt schon eins gesehen. Eins habe ich schon gepostet. Und am Montag und Mittwoch möchte ich euch Fragen stellen. Am Montag und Mittwoch mache ich einen Textbeitrag mit Fragen. Und an all den anderen Tagen, am Nachmittag, also am Freitag, Samstag, Sonntag, da mache ich auch noch Textbeiträge. Das kommt darauf an. Mal das eine, mal das andere. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber ich überlege mir etwas. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Informationen, aber um es kurz zu fassen, um es zusammenzufassen. Ihr bekommt zweimal am Tag ein Update von mir. Ihr bekommt jeden Tag ein hochwertiges Video mit Untertiteln. Dreimal in der Woche ist dies auch ein brandneues Video. Ein brandneues Video. Das heißt ein sehr, sehr neues Video. Und zweimal in der Woche poste ich auch ein Zitat. Mindestens zweimal die Woche. Ja. Also, ihr bekommt jetzt jeden Tag zweimal ein Update von mir. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht Deutsch zu lernen. Ja. Also, mindestens zweimal am Tag bekommt ihr ein Update von mir. Ja. Und das ist, also ich habe die ganze Zeit über Facebook geredet. Ja. Also, das ist, das bekommt ihr, wenn ihr in der Facebook-Gruppe seid. Oder wenn ihr die Facebook-Seite geliked habt. Ja. Bitte liked auch die Facebook-Seite. facebook.com-authentic-german-learning. Einfach mal klicken auf Like auf Gefällt mir. Und Twitter. Auf Twitter werde ich ganz viel zwitschern. Auf Twitter werde ich zehnmal am Tag tweeten. Ja. Zwitschern. Auf Twitter werdet ihr auch viel, viel Material von mir bekommen. Ja. Twitter.com-out-ger-learning. Ja. Ich musste das abkürzen. Also, A-U-T-H-G-E-R und dann Learning. Ja. Das ist das Update von mir. Wie gesagt, um es kurz zu fassen, ich werde einfach ganz viel posten. Ich werde viel posten. Und ich hoffe, ihr mögt das, was ich poste. Also, schaut jeden Tag vorbei. Klickt auf Like. Klickt auf Retweeten. Klickt auf Weiter-Switchen. Klickt auf Gefällt mir. Und dann weiß ich, was euch gefällt. Und sagt mir Bescheid, wenn ich irgendetwas an diesem System, an diesem Plan verbessern kann. Denn ich möchte natürlich immer so machen, dass ihr das Allerbeste bekommt. Dies war das lange, lange Update von mir. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!